Und weißt du, welche YouTuber das sind? Görd' dir das Video. Jo Leute, was geht ab? Wir waren am Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, ihr lest schon richtig. Heute gibt es nochmal ein neues Format, zusammen mit Delogy. Hallo Freunde. Ah, wie läuft's ab, Bro? Ich war gerade... Also ich hab Schokolade hier auf jeden Fall drauf. Ich hab alles hier. Gestern Nacht hab ich auf jeden Fall noch richtig fett Nüsse gegessen, aber mit Schokoladen... Schokolade überrascht. Geil, Alter. Ja, Alter, ich bin auf jeden Fall richtig fett dabei. Und heute ist auch noch mit dabei der liebe Cakeman. Was geht ab? Jo, was geht? Guten Tag. Jo, was geht? Ja, der Kuchen... Kuchen-TV ist auch dabei. Der war echt scheiße, Alter. Ich weiß, Mann. Und wir machen heute mal was ganz Besonderes, Leute. Und zwar raten wir heute mal YouTuber an ihren Gesichtern. Aber der liebe Laureen, also Cakeman, der ist ja so ein Photoshop-Proff. Und hat quasi immer zwei YouTuber so ineinander geschmelzt. So die Augen von dem einen, die Nase von dem anderen. Und es erinnert immer zwei YouTuber auf einem Bild. Und wir müssen erraten, wer das ist. Und Leute, ich bin richtig aufgeregt. Ich bette mich heute wieder mit Delogy. Ganz klar, wer gewinnt, Alter. Halt die Fresche, du wirst gewonnen. Na komm, halt die Schnauze. Post mal das erste Bild rein und dann geht's los. So, das erste Bild kommt genau jetzt. Und eine Person ist auf jeden Fall sehr einfach zu erraten. Aber die zweite... Wow. Revi und Unge. Revi und Unge. Warte, ich bin auch noch dran. Revi und Unge. Ah ja, lock. Ja, das ist Revi und Unge, oder? Ja, ja. Jetzt hast du es aber nur wegen mir gesagt. Ja. Junge, halt die Schnauze mal, das... 1-0. 1-0. Ja, aber... Okay, ist in Ordnung. 1-0. Okay. Ist in Ordnung. Wenn das Internet nicht läuft, hast du selber schön, Digga. Halt die Schnauze, Alter. Okay, das nächste Bild ist extrem ugly, aber ich hoffe, ihr kriegt keinen Augenkrebs. Oh, bitte nix von Delogy, Alter. Halt die Schnauze, Alter. Hä, aber es ist auf jeden Fall Bibi, oder? Ja, das ist richtig. Okay, Bibi. Alter. Das sieht so lustig aus. Ist das nicht Dings, Digga? Äh, hier... Kronkröfte? Nein. Weiß so. Okay, ich darf... Willst du mal einen Tipp geben? Ja, gib mir einen Tipp. Daniel ist jetzt eh schon raus. Hä, halt die Schnauze. Okay, sag einen Tipp. Remember my name? Krispy Rob. Yes. Ja, Junge. Woooo. Was ist los, Junge? Scheiße. Du hast eigentlich schon... Hey, was war davon jetzt von Krispy Rob? Die Nase, oder was? Äh, Nase und die Augen, glaub ich. Ja. Yeah, what the fuck, Digga. Kennt man gar nix, ey. Schmeckt er sich die Augen, oder? Ja, die Wimpern sind doch... Die Wange auch, ne? Ja, fuck. Fuck, fuck, fuck. Junge, du kannst das so gut. Ich dachte, die sehen das so voller einfach, die Bilder, aber... Digga. Ja, okay. Ihr Friends, das nächste Bild wird rausgehauen. Und er öffnet sich direkt, aber die schneller... Unsympathisch TV und... Oh mein Gott. Äh, Digga, wer ist das denn? Unsympathisch... Und wer? Digga, warte mal. Unsympathisch, wie das aussieht, Junge. Unsympathisch auf jeden Fall, Jürgen. Er hat sogar schwarze Haare jetzt, Digga. Unsympathisch TV und... Gott, wer hat... Aber der Hinter... Hä, schwarze Haare? Warte mal, ich hab den gesehen. Die Haare sind nicht von Unsympathisch TV, ne? Und die Nase natürlich auch nicht. Ja, ich würd sagen, Jew. Nein, mein Junge. War richtig? Der hat doch nicht so ne Riesennase. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, Alter. Ich achte nicht so auf Nasen, aber... Ich würd sagen, Jew, Alter. Ja, aber... Du bist so ein Prankster. Oh, aber ein Engl... Ein Deutscher? Ja, ja. Leo Machère? ApoRed, Alter, ApoRed. Oder? Nein. Äh, Madmantan! Ja. Oh! Du nimmst ja nur noch einen. Puuu! Puuu! Äh, man, er kennt das gar nicht. Hä, was hat man... Madmantan... Ich hab mir Kopfschmerzen bekommen, Alter. Naja, egal, aber das war jetzt dann der erste Punkt für mich. 2-1, Junge, würde ich mir sagen. Let's go. Naja. Du hast keine Chance, du wirst dir beide verlieren. Auch beim Fettwerden, Alter. Du wirst einfach fetter werden. Also, ich hab 3 Kilo abgenommen. Wie viel hast du abgenommen? Ich hab 2 Kilo zugenommen. Ja. Egal, komm, wir holen mal den nächsten raus. Okay, das nächste ist, glaub ich, einfach. Ich glaub, einer wird auf jeden Fall das erraten. Ja, er wird dann wahrscheinlich wieder ich sein. Am besten so schnell wie möglich auf den Link klicken. Ja, dann mach doch. Tschuuu! Und es ist Aria. Ey, du... Ey, warte mal. Du hast gesagt Jey und Aria. Beide, oder was? Jey und Aria. Ich mein Jey und Danogy, also ich. Ja, also das ist... Laba! Boom, Digger. Boom, 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 boom. Ja, komm. Ich glaub, das ist mein Spiel, Alter. Das sieht aber echt schon... Das sieht leicht schwul aus, irgendwie, ne? Aber der Mix, das ist so eklig, Alter. Das ist so eklig. So geil. Alter, ich als Jey. Ey, meine Haare, die stehen mir eigentlich so ein bisschen. Ja, mach mal. Voll eklig. Okay, das Nächste ist auf jeden Fall eins meiner Favorites. Lass mir mal so fünf Sekunden Vorsprung. Ne, ne. Warum nicht? Ja, weil du ne kleine Pussy bist. Oh. Äh, Stefan. Ich glaub, mit dem Gesicht ist er irgendwie nach unten gerutscht. Ey, was ist das, Digger? Was ist das? Der hat Augenbrauen. Das sieht schön scheiße. Ey. 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 Aber er sieht irgendwie besser als vorher aus. Keine Ahnung. Ja. Bra, bra. Nein, aber Stefan, Stefan Gehrig und... Ist es ne Tusse, ja, ne? Nein. Laber, wir hätten Sorgen brauen. Oh mein Gott, Alter. Up for Red? Nein. Boah. So ein Vlogger. Ein Vlogger. Wahrscheinlich Chang. Ne, kann er nicht sein. Nein. Hä? Warte mal. Hat, glaub ich, schon über 2 Millionen Abos, wenn ich dich nicht irre. Ein Deutscher. Dehner. Yes. Dehner? Laber, Dehner. Ja, die Augenbrauen, die Nase und der Mund ist von Dehner. Leute, Alter, wie kann ich denn hier so hart verkacken, krass? Digga, das ist so schlecht. Ich glaub, das ist echt mein Spiel, Leute. Er hat einfach keine Chance, Digga. Was ist da los? Junge, das ist... Junge, unge. Wie viel steht es? 4 zu 1? Ja, 4 zu 1. Okay, ah fuck. Willst du noch mal einen richtig fetten ins Gesicht kriegen? Let's go, schick mal den nächsten. Na, komm, schick mal noch ein Bild. Daniel. Hi, Schnauze. Das ist, ähm... Ich glaub, das ist einfach. Komm mal raus. Ich bin schon da, ready to go. Und? Ich und mein Papa, ich und mein Dad. Du siehst auch wie so ein Tier, Alter. Wie so ein kleiner Hamster, Alter. So ein dreckiger Hamster, du Wicky. Aber jetzt ist das alles der Beste, Alter. Alter. Du wirst da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du wirst auch mal mit dem Wagen aussehen, Alter. The fuck, den wirst du niemals haben, Alter. Was ist da los? Alter. Alter. Wie das einfach aussieht, Mann. Iiiiih, Alter. Das sieht so, Alter. Voll nice. Und alle krass ist jetzt einfach, dass das die Augen von deinem Vater sind. Die sehen einfach genauso aus wie deine. Halt zum Maul. Das sind die Augen von meinem Dad? Ja. Lol, ich dachte grad, wer meine. Ja, das ist richtig krass. Lol, Alter. Die so geändert und es hat sich einfach nichts verändert. Also ab heute sag ich auch nie wieder hässig zu meinem Dad. Das sieht so gut aus. Ja, Alter. Dein Gesicht hat auf jeden Fall sein Gesicht kaputt gemacht, Alter. Ja, Alter. Die Schnauze, Alter. Hahaha. Krass, Alter. Krass. Hä, fast, Digga. Wie viel steht hier überhaupt? Ja, jetzt steht es 4 zu 2. 4 zu 2. Hä, was soll ich sagen? Komm, komm. Komm, ein Bild machen wir noch. Ein Bild machen wir noch. Okay, okay. Mein Gewinn kann ich nicht mehr, aber ich will wenigstens noch einen dritten Punkt haben. Damit es nicht ganz so peinlich ist, Leute. Okay, komm, hau einfach noch einen raus. Drei, zwei, eins. Boom, Digga. Auf die Sekunde geklickt und, äh, oh, Kelly, Mrs. Vlog und Jodie. Nein. Doch. Jodie und Master Scorpion. Nein, warte. Nein, 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 nein. Wahrscheinlich Master Scorpion, nur wegen der Nase, du scheiß Rassist. In den Augenbrauen. Hä, aber es ist Jodie und Kelly, oder? Ihr habt beide schon das Richtige gesagt. Hat einer ein Bart, Digga? Marcel und Kelly. Ja. Oh, der Bart. Was? Hä, warum haben die beide Jodie gesagt? Ja, ich weiß nicht, weil Jodie, keine Ahnung. Die sieht ein bisschen wie Jodie. Ja. Ja. Marcel und Jodie sind Geschwister? Das ist einfach eine fucking News-Gemurt, Alter. Die Augenbrauen, Mensch. Was für eine Nase, Digga, Alter. Was für eine Nase! Digga, das ist der Marcel. Alter, Marcel, Alter. Gehen wir auf jeden Fall zum AT, Junge. Hammer, geil, Alter. Krass, Digga. Oh shit, wie viel steht's? 4 zu 3, oder? Komm, du hast noch einen, oder? Ich? Ja klar, hab noch ein paar. Ja, machen wir noch einen, du! Ja, der Wichser! Daniel, fick dich noch! Okay, zähl wieder runter, damit wir direkt klicken können. Warte, ich geh mit der Sonne auf. Okay, das war 3, 2, 1. Oh, warte, ich hab nicht geguckt. Ich hab mal Dagi Bee und... Oh mein Gott, wer denn noch? Dagi Bee und... Ihr Freund Eugen? Nein. Was ist das für ein Kind, Digga? Was hat denn für eine Stirn? Was sind da für Farben drin? Was ist da los? Dagi und... Wer hat denn so einen Mund? Stefan Gehrig? Das ist so einer aus der... Imbärm-Gruppe. Äh, und, äh, wie heißt der nochmal? Der mit der Brille! Ja, ich weiß den Namen nicht, aber der ist es. Vincent! Nicht Vincent! Doch, Vincent! Ja, Mann! Nein! Ist es nicht Vincent? Oh, blit. Der mit der Brille ist nicht Vincent. Doch, doch! Mir doch egal. Der Producer. Ja, mein ich doch. Ja, das ist ja der. Den mein ich ja. Haha! Den meinte ich gar nicht, aber doch, den mein ich. Nein, ernsthaft, ich meinte den. Ich meinte den. Ja, du hast ja, du hast ja Vincent gesagt. 4-4, oder? 4, ne? Okay, letzter Punktentscheidung. Ja, letzter Punktentscheidung. Machen wir noch einen. Oh, Alter, voll die Aufholtour hier. Was soll denn der Scheiß, Mann? Weißt du, eigentlich wär schon rum gewesen bei 4 zu 1. Ja! Ah! Egal, noch einer. Ja, alles gewinnt, Digga. Ich muss jetzt gewinnen. Oh mein Gott, ich werd jetzt gewinnen, Junge. Die Spannung steigt. Der Link wird kopiert. Da bin ich so süß. Und, go. Und, und, und. Äh, LionTV. Und, äh, Schizrofrenik-Blog. Und, äh, Schizrofrenik-Blog. Und, äh, LeFloid. LionTV. Nein, nein, kein Lion. Kein Lion. Äh, LeFloid und... Wie heißt das nochmal? Chirenko oder so. Schizrofrenik-Blog ist eine URL. Ja, 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 ja. Ja! Was? Was? Wer, wer? Das ist ja Jero. Jero, Digga! Ah, nein! Oh, shit! Was ist das für ein dreckiger Mund, der mich abgelenkt hat, Mann? Ich hab mal eine ganz kurze Frage, Daniel. Wer hat jetzt die Folge gerade gewonnen? Halt die Fresse einfach, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Nein! Alter, ich würd mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Werdes anders gedacht, mal wieder ganz easy gewonnen, Leute, ja. Daniel, willst du dazu was sagen? Schaut bei mir vorbei. Halt die Schnauze. Also... Leute, wenn ihr Bock auf mehr Videos davon habt, lasst einen Daumen nach oben da. Also wir haben locker... Leute, der Mr. Cakeman. Lauren hat so viele Fotos noch vorbereitet. Also wir können richtig viele freshe Folgen machen. Wenn ihr Bock habt, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall bei Cakeman vorbei. Er war ja letztes Mal YouTuber des Monats bei mir und abonniert einfach seinen Scheiß-Kanal, Leute. Richtig fresh. Und Daniel... Nein, der braucht eigentlich gar nicht abonnieren. Ignoriert den einfach. Ey, Lukas, Digga. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ja, was denn? Als Presse. Also ich wollte jetzt eigentlich gar nichts sagen. Aber Lauren hat dann auch mitgemacht. Jetzt bin ich der Dumme. Oder, Daniel? Halt die Schnauze. Ja, Leute, auf jeden Fall haben wir ein bisschen verkacken letzte Woche, weil wir einfach so viel zu tun hatten und dieses neue Format mit dem Fitness nicht hingekriegt haben. Also ich habe aber schon abgenommen. Wollte ich nur sagen. Aber es kommt auf jeden Fall diesen Samstag, die erste Folge, Leute. Da haben wir uns richtig reingesetzt, Leute. Und ihr werdet sehen, dass ich abnehmen werde. Ich sehe immer auf Snapchat so, Leute, ich esse gerade Hähnchen mit ein bisschen Gemüse drauf. Ja, aber ich esse gesund und ich habe auch schon Fortschritte. Ist okay. Du schickst mir auf Bilder WhatsApp von Taunton. Die könnt ihr auch gerne einblenden, du blöder Mixer. Oder letztens. Wir haben gewebcamped und hatten Döner gegessen. Ciao, Leute. Haut rein, Leute. Ciao. Tschüss.